59 Ich bin Level 59. Oh mein gosh. Scheiße. Scheiße, ich bin Level 50 und sprach mit deinem memorize um. Te Wid 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wunderschönen guten Abend, Gobbi muss eben die Runde zu Ende spielen. Welche Runde? Die LOL-Runde? Lia, auch dir? Wunderschön, hallo. Wenn ihr mitmachen wollt, schickt mir eine Freundschafts-Anfrage oder joint einfach irgendeinen Freund eures Freundes, dessen Freund mein Freund ist und hier drin ist. Aktuell ist hier niemand drin. So, Level 59 bin ich erst. 6 7 8 9 9 10 10 10 9 10 19 10 19 19 19 10 15 15 15 15 Greenscreen Alter, mein Auge Ich seh nix mehr Booty Ähm Ist die Kamera richtig eingestellt? Ich glaub, ich muss mich weiter nach links schieben So? Ich hab keine Ahnung Werden wir gleich sehen Wir können ja eine runde Revierkampf machen Mir fällt gerade auf Dass ich anscheinend bei zwei anderen Streamern Sub geschenkt bekommen habe Ja, ist mir letztens auch aufgefallen, dass ich Sub hatte Knossi hat zum Beispiel Sub bei mir Knossi hat mich Sub abonniert Also geschenkt bekommen Ist immer ganz witzig Du hast irgendwie Streams am Laufen Und auf einmal hast du Subs Und Wadley, herzlich willkommen Peter von Kaiser Wunderschönen guten Tag Wenn du mitmachen möchtest Schick mir eine Freundesanfrage Freundescode geht hier raus Ihr könnt alle mitmachen Wir warten gerade noch Wir haben den Stream gerade gestartet Habt ihr irgendeinen Musikwunsch? Soll ich irgendeine Musik am machen? Übrigens hier neue Funktionen auf Discord Man sieht da jetzt den Stream-Ausschnitt Au! Oh, scheiße Ich hab jetzt schon Muskelkater Lenja Ich hab jetzt schon Muskelkater Ich glaub ich hab ne Sportverletzung Ich hab jetzt schon Muskelkater Scheiße Ich kann meine Arme nicht mehr ausstrecken Kennst du das, wenn du so Krass viel trainiert hast Dass du so einen Muskelkater kriegst Dass du deine Arme Nicht mehr ausstrecken kannst Weil deine Muskeln so erhärtet sind Das hab ich jetzt schon Hannes Wader Kokain ist ein guter Song Ich schau erst mal zu Wir sind drei Leute nur Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Add everyone Everyone Ne, ich mach add here Add here Hat noch jemand Bock? Bock auf Splatoon 2 Okay, dann komm ich gleich Sehr gut Ich schreib mal kurz rum Freundescode Doppelpunkt Zack Bam Jetzt senden an 70 plus Menschen Wie gesagt, ich esse noch Du isst Kokain Ne, Kakao Kakao war das Auch doof, ne? Ich trainiere Und was mach ich? Ich trinke Cola Das ist total Inkonsequent Jessie versus ich Was? Jessie und ich Gegen dich Moment, ihr beide Gegen mich? Moment mal Ich hab eine Freundschaftsanfrage gehalten Ich, äh, nehm die ganz kurz an Damit derjenige jetzt joinen kann Da ist er Der Kaiser Sehr gut Freund werden Zack Und damit jetzt noch andere Leute mich adden können Muss ich ganz schnell jemand anderes löschen Gib mir eine Minute Start das Spiel Alles klar Und Peter Vielen lieben Dank für dein Follow Wow Hoho Ich seh nix mehr Danke Holy Äh Freund löschen Löschen Freund gelöscht Zack Und Lobby ist noch da Ich muss mal ganz kurz gucken Wegen Greenscreen Das nervt mich gerade So soll das nicht sein 30 Ja 30 30 ist schon hat am Maximum hier Hä, was ist das denn hier 210 Ich hab grau an 220 So sieht's So ist besser Ich darf nicht zu dicht ans Mikro Sigrin Wunderschönen guten Abend Ähm Du sagst Ihr drei Äh, ihr beide gegen mich Aber Der gute alte Kaiser ist gleich da Der gute alte Kaiser ist gleich da Gobby kommt gleich Kaiser ist da Let's go Dann aufwärmen Aufwärmrunde Das wird ein epischer Fight Auf jeden Fall Mann Ey Ganz ehrlich Wir machen Zufall Tintenfarbe Komm Chaos gegen Ordnung Gold versus Silver Let's go Aufwärmrunde Aufwärmrunde Lenja Du bist in meinem Team Du hast die Ehre Und Jesse von Kaiser Gegen die kämpfen wir jetzt Was heißt hier I Was heißt hier I Ja Wir werden gewinnen Wir werden gewinnen Und Ich hoffe Dass hier noch ganz viele Leute reinkommen werden Gleich Dass wir die Lobbys immer wieder füllen können Ähm Weil das ist entscheidend Ob ich wieder Splatoon spielen werde Regelmäßig Oder Es einfach sein lasse Wahrscheinlich war es eine Fehlentscheidung Das Ganze jetzt hier auf Auf Twitch zu machen Ich hätte es wahrscheinlich auf YouTube machen sollen Oder Auf YouTube hätte ich jetzt mehr bekommen Hm Hab keine Switch Schade Guck mal wir sind Silber Aber Silber ist das bessere Gold Kappa Let's go Oh Oh ich hab so lange kein Splatoon mehr gespielt Alter Was muss ich tun Warum hast du keine Switch Die Switch ist in aktuellem Angebot 280 Euro Sieg drin Gönn dir Gönn dir Bam Kaiser Du wirst jetzt sterben Scheiße Oh Kaiser hat mich getötet Aber ich hab ihn auch getötet Herzlich willkommen Nasty Tixi Und Philipp 1508 Schön dass ihr da seid Wie gesagt Freundescode einfach Ausrufezeichen FC eingeben Dann könnt ihr join Die Lobby ist noch voll Äh Noch leer So rum Noch nicht voll Genau Das war's Das war das gesuchte Wort Ah Jessie hat mich getötet Scheiße Wie geht's Gut Wundervoll Wie geht's dir Nasty Ich hoffe ich hab den Namen richtig ausgesprochen Wenn nicht Korrigiere mich bitte Wo war nochmal Karte AX Ich hab so lange nicht mehr gespielt Leute Ich muss mich erstmal warm spielen So Lass mal Tinte auffüllen Und weiter geht's Wo ist denn hier jemand Okay wir müssen weiter feiern Oh 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 Ah Just broken Hallo Splatoon Yeah Splatoon Wenn du Bock hast Start das Spiel Und dann geht's los Und alle anderen Die jetzt irgendwie noch nicht in meiner Vorlesung stehen Ich werd euch gleich annehmen Sagt bitte kurz im Chat Bescheid Oh 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 Ich hab so lange nicht mehr Splatoon gespielt Leute Ich bin so lost Ich bin so lost Uff 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 Wobei das sieht gar nicht aus wie Gold ne Das sieht aus wie Silber und Bronze Aber ich glaub es soll Gold sein Oh schnell noch was werden Das wird nicht mehr gereicht haben oder Das wird nicht mehr gereicht haben Oh es hat gereicht 53 zu 36 Holy Boom Booyah Sagt man dazu Auf Splatoonisch Oh 2000 Punkte Gar nicht mal so schlecht Gar nicht mal so schlecht meine Lieben Oh 1 2 3 4 5 6 Leute Das ist super Das ist wundervoll Ich werd jetzt auch mal so ein bisschen die Modi durch Rotieren Ähm Jesse Falls du zuhörst Ich weiß Du magst die ganzen Modi nicht Aber Let's go Einfach mal ballern Jetzt Brownie Jesse Von Kaiser Versus Malou Lenya Und Playnow616 Herzlich willkommen Schön dass ihr da seid Let's go Malou übrigens Schön dass du da bist Ich weiß gar nicht Ob sie hier ist Hier Auf Twitch Und Übrigens Unten gibt es Kanalpunkte Immer schön Kanalpunkte ballern Was kann ich eigentlich Kann ich eigentlich Kanalpunkte machen Ähm Geil Guck mal Center Monika Kappa Let's go Wie machen das Oh 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 Falsche Richtung Leute Falsche Richtung Hä Ging es hier nicht irgendwo auch hoch Ich muss da links hoch Auf die Wand Das war Oh Mist Richtig verkackt Leute Richtig verkackt Okay weiter Hier hinten geht's Hier hinten geht's Hier hinten geht's nämlich auch lang Da kann man doch Ich weiß nicht Das kann man nicht in jedem Modus Das kann man nicht in jedem Modus Aber ich glaube hier In Goldfisch kann man's Ich glaube hier in Goldfisch kann man's Oh manu ist so gut Der Gegner führt Verdammt Oh 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 Wo ist der Ball Ach du Scheiße Ach du Scheiße Wir haben verloren Das war's GG Oh doch nicht Doch nicht Doch nicht Ganz knapp Wir haben nur 3 Minuten 30 Let's go Das war's Oh es war doch nicht Das war's doch nicht Das war's doch nicht Nein Lenja Ich glaube ich bin zu laut Oder Ich bin ein bisschen zu laut Mikrofon weiter weg Zack Gelöst Oh Scheiße Bisschen defensiver spielen Nicht so aggro sein Nicht so aggro sein Ruhig Ruhig Und Ployma Wunderschönen guten Tag Und Beauty Auch am Start Herzlich Willkommen Na 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 Mist Da bin ich weg Das war's Das spielt einfach Splatoon Wo ich es nicht mehr habe Kauf's dir Kauf's dir Absolute Empfehlung man Absolute Empfehlung So Kommt noch jemand Jan Fischer Kommst du noch Just Broken Kommst du Wir haben verloren 1-1 Oh Volle Lobby Darf nicht Meine Runde ist over Broken ist am Start Pneuma ist am Start Wunderschönen guten Tag Meine Damen und Herren Oh Der eine ist raus Ich wollte gerade vorlesen Wer es war Die Lobby ist einfach voll Das ist heftig 4 Herzlich Willkommen Wenn irgendeiner mitspielen möchte Der noch nicht auf meiner Front ist Schickt mir eine Anfrage Ich nehme sie an Und ähm Ich werde jetzt einfach Durchrotieren Alle Modi Bistone Kommando Und dann mache ich Eine neue Lobby auf Dass Leute Die noch nicht mitgespielt haben Versuchen können zu join Aber auch die Die mitgespielt haben Können natürlich wieder join Vorausgesetzt Wir sind über Acht Leute Wenn wir nur acht Leute sind Dann mache ich Keine neue Lobby Du willst es wieder ausleihen Holst dir doch einfach Mutti Kaufst dir mit Geld Du hast doch 4.000, 5.000 Euro Auf Konto Das Spiel kostet Dann nur noch 30 Ey was spielen wir hier gerade Für Modus Leute Was spielen wir hier gerade Für Modus Was ist das Revierkampf Ich will natürlich rein Ich darf nicht Hey du hast 5.000 Euro Und du darfst nicht Ein Spiel für 30 Euro kaufen Du darfst aber Fortnite Skins kaufen Oder was Was ist das denn Ich verstehe gar nichts mehr Ich verstehe gar nichts mehr Oh was ist denn jetzt los Der geht ja richtig ab Da unten Das ist ja richtig lost Alter Oh diese Schirme Alter Rein da Rein da Ich bin tot Ich darf mir keine Fortnite Skins kaufen Oh ich muss mal updaten Oh Jetzt kann ich mit kaputten Kontrollern Den Scheiß spielen Hä Spiel doch mit Joy-Cons Joy-Cons sind gar nicht so verkehrt In diesem Spiel Weil du Zwei Hände hast Und die Hände unabhängig Voneinander bewegen kannst Was hast du angestellt Fragt Alex Oh 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 was ist das Was ist jetzt passiert Iron Farr Herzlich Willkommen bei den Brownies Vielen lieben Dank für dein Follow Ich sehe nichts mehr Mann Ich sehe nichts mehr Uff Da wurde ich umgenutzt Vielen lieben Dank Bis folgen Joy-Cons Die Joy-Cons sind ganz gut Die Joy-Cons Zumindest in Splatoon Sind ganz gut Für Ego-Shooter sind die scheiße Weil die Sticks natürlich zu unpräzise sind Aber bei dem Spiel hier Vorausgesetzt Du spielst mit Gyro Sind die Joy-Cons Ziemlich nice Nur haben wir momentan Finanzielle Probleme Und wir können es uns Nicht leisten Unnötig Sachen zu kaufen Hä Mütisch Ich denke du hast 5000 Euro auf Konto Die du ausgeben kannst Für was du willst Und jetzt redest du Auf einmal von Finanziellen Problemen Also 5000 Euro Sparendes Sind für mich Keine finanziellen Probleme Uff Ich muss mich erst mal Wieder sowas von einspielen Leute Ich muss mich erst mal Wieder sowas von einspielen Wann habe ich das letzte Mal Das mit Thun gespielt Ich glaube zum Splatfest Oder Wann war das letzte Splatfest War das im Ostern Ostern rum ne Es war so Ostern rum Oh Gott Bam Manu ist tot Bam Ultimate Splatoon Shooter Du Gesichtswurst Splatoon ist doch kein Shooter Ist ne Mal Simulation Maler Simulation Macht nicht irgendjemand Sogar ne Ausbildung Zum Maler bei euch Wer war denn das Knäumer Warst du das Oder Pascal Ne Pascal war Verkäufer Moment mal Knäumer war doch auch Pascal Es ist Kunst Auf jeden Fall Mann Es ist richtig krasse Oh nein Wir haben verloren Malou ist da Mitten in drin Guck Seht ihr den Flag Das war ich Knäumer heißt Dennis Ach ich dachte Knäumer ist Pascal Wer ist denn Pascal Wer ist Pascal Wer ist Pascal Das Vertun ist wirklich ein Shooter Hä Wer ist Pascal Pascal ist Pascal Und Pascal ist Melis Bruder Pascal ist Melis Bruder Was ist denn jetzt los Oh scheiße Guck mal hier ist ein Disconnect Jesse ist Disconnected Aber es gibt doch noch ein Pascal Den ich auf der Gamescom getroffen habe Das ist nicht Melis Bruder Ausgeben für was ich will nicht Ich darf mir Sachen holen Wenn wir keine finanziellen Probleme haben Und ich darf auch nicht alles ausgeben Weil ich das Auch für später brauche Äh Mewti Wenn du 5000 Euro hast Dann kannst du doch wohl Ein 30 Euro Spiel holen Und wenn ihr finanzielle Probleme habt Was hat das damit zu tun Dass dein Geld dann Einfach nur rumliegt Und nicht ausgegeben wird Hä Alter mir ist so kalt Ich muss mal die Heizung reparieren Hol dir so einen Heizlüfter Den steckst du in die Steckdose Ist im Prinzip ein riesen Föhn Ist so groß Und eigentlich nur ein Föhn K-Pro-Meter Seit gefühlt 10 Jahren Jesse du doofen musst Mit deiner Robobombe Ich meine Robobombe Tee tut's auch Tee tut auch wärmen Stimmt Übrigens Eis Eis tut's auch Wenn dir kalt ist Ist ein Eis Eis wärmt dich Ich kriege eine Nintendo Switch zu Weihnachten Oh H-G-H-F-J-D-J-D-J Eine Light Oder die normale Es gibt ja zwei Versionen Weißt du welche Version du kriegst Uff Was ist das denn Vier Vier am Start Stimmt Vier ist jetzt da Let's go Rein da So Normal Sehr gut Da kannst du nicht Auf dem Telefon Auf dem TV kannst du damit spielen Mit der normalen kannst du auf dem TV spielen Mit der Light kannst du nicht auf dem TV spielen Die Switch Light ist der größte Müll Ne Ne Die ist Die ist ganz geil Ähm Wenn du nicht auf dem TV spielen willst Ich als Streamer habe keine Wahl Ich muss Mit der anderen könnte ich nicht streamen Oh 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 Tod Nippel OG Herzlich Willkommen Wunderschönen guten Tag Fühl dich hier wohl Zieh deine Hose aus Und follow me Bam Das ist immer so Manche Streamer haben das als Willkommensnachricht Zieh deine Hose aus Und fühl dich hier wohl Ich finde das ein bisschen pervers Ne Aber wem erzähle ich das Ich erzähle das jemanden Der Nippel im Namen hat Oh Da Broken Wie ist das Ich glaube das wird wieder ein Lose Malu sitzt schon wieder auf dem Turm Let's go Kaiser Die sind so krass oder Diese Community Die macht mich fertig Oh Schon wieder Ultra Ball Gengi Dama Von Dragon Ball Daran erinnert mich das immer Oh das ist ein Sniper Weg da Bam Umgenatzt Aua Malu Isa Joey Wunderschönen guten Tag Hi Wie lange streamst du noch Ich hab gerade erst den Stream angemacht Ich weiß noch nicht wie lange Und herzlich willkommen Isa Joey Oder Isa und Joey Schön dass ihr auch mal wieder vorbeischaut Ich hab gesehen Ihr habt vorhin gesprimt Übrigens ich hab gestern bei euch reingeguckt Heimlich Was heißt heimlich Ich hab einfach nur nix geschrieben Ihr habt War das gestern oder vorgestern Ihr habt dieses eine Spiel gespielt Wie war das nochmal Ähm Mit dem Flugzeug was dann abstürzt Und man auf einer Insel ist Und ihr dieses Kind irgendwie wieder The Forest Genau Genau Das war irgendwie sehr interessant Auch gerade weil ihr dann irgendwie zu zweit gespielt habt Das war schon echt geil Das war schon Hat Spaß gemacht zuzuschauen Ufff Ich hab so ein ähnliches Spiel Oh spielen wir auch gleich wieder Geil Ich hab so ein ähnliches Spiel Äh auch schon gespielt Äh äh Ark Ark Ja A-R-K Das ist auch auf einer Insel Aber mit Dinosaurier Das ist ungefähr genauso glaube ich Von der Art und Weise Aber ich glaub The Forest ist nochmal irgendwie Cooler Oder gruseliger auf jeden Fall Gruseliger Definitiv Ich find Dinos nicht so gruselig Wie irgendwelche Ureinwohner Die durch den Wald laufen Und einen fressen Ark gibt es auch fürs Handy Ich weiß Sogar ein besserer Grafik Als für Switch Bam So ich schau vielleicht nachher mal vorbei Wenn ihr dann noch da seid Ich hab was im Auge Leute Deswegen spiele ich so schlecht Sonst würde ich viel besser spielen So 53 zu 93 Das sieht nicht gut aus für uns Was spielst du da Sieht lustig aus Ähm ich spiele grad Splatoon 2 Für die Nintendo Switch Das ist auch ganz witzig Ähm jeder Spieler Der hier Den du hier grad siehst Das ist Einer aus der Community Wir spielen das Spiel zu 8 Also 4 gegen 4 Und da gibt es verschiedene Modi Aktuell war das ein Modus Wo ein In der Mitte ein Turm ist Und der der dann drauf steht Der nimmt den ein Und dann fährt dieser Turm Ähm zu der gegnerischen Basis Und wenn man dann angekommen ist Hat man gewonnen Oder wenn die Zeit um ist Wir haben jetzt verloren übrigens Hab glaube ich ganz okay gespielt Ich habe Oh ich war gar nicht so schlecht Guck mal ich war zweiter Im grünen Team Ach ey im anderen Team Waren so viele krasse Typen drin Hält mein Internet Komm Muschelchaos muss sein Ist ein neuer Modus Ein relativ neuer Modus Sieger der Herzen Oh Wie lange streamt denn heute noch Isa Joey Ich habe auf jeden Fall Bock Auch ein bisschen zuzuschauen Nachher Wo sind denn hier diese Emojis Ähm Hier Emote Es gibt ja diese schöne Halloween Äh Halloween Diese schöne Funktion Ähm Ne das ist doof Wie mache ich denn das jetzt rückgängig Diese schöne Funktion Ähm Guck mal Zack Emojis selber zusammenzubauen So Weihnachts Emojis Just wow Zwei Stunden Zwei Stunden circa Alles klar Endlich mal Ein deutscher Spell tun Zwei stream Herzlich willkommen Manu Und einen wunderschönen guten Tag Und vielen lieben Dank Für dein Follow Herz geht raus Wenn du Lust hast mitzuspielen Brownie Ist doch ein T Quatsch Einfach Ausrufezeichen FC eingeben Dann kriegst du mein Freundes Code Und dann muss ich dich noch hinzufügen Und dann kannst du join Ganz schön umständlich auf der Switch Ne Aber ist so Ah Vier im Gegnerteam Vier ist so gut Vier ist so gut Uff So Jetzt ist es hier ein Modus Da muss man 10 Muscheln einsammeln Dann kriegt man ein Football Den man ins gegnerische Tor schmeißen muss Und dann verliert man Punkte oben Ich weiß gar nicht Auf Twitch spielen Auf Twitch nicht so viele Leute Spatoo Ich stream sonst nämlich immer auf YouTube Oh diese grüne Farbe Diese grüne Farbe ist gar nicht gut Für meine Augen Nur Amerikaner Spielst du auch noch andere Spiele? Ja Ja Wie gesagt Ich spiele eigentlich ursprünglich immer auf der Auf der Switch Auf YouTube Habe jetzt aber so ein bisschen gewechselt Auf Twitch Auf der Switch spiele ich sehr viel Auf dem PC jetzt seit neuestem auch Dies und das Aktuell haben wir sehr viele komische Projekte Die nicht so toll sind Muss ich ehrlich gestehen Spielst du Liga? Ich habe mal eine Zeit lang Liga gespielt Aber ich war irgendwie nie richtig gut drin Ich glaube das Beste was ich bekommen habe War Silber oder sowas Spielst du LOL? LOL spiele ich nicht LOL spiele ich nicht LOL spiele ich nicht Oh Knäumer Perfekt So Jetzt sind seine Muscheln alle hier Durch die Gegend geflogen Ach du Scheiße Ach du Scheiße Holy Holy Neun Liga in Splatoon Ja ja ich weiß Da bin ich Silber oder so geworden mal Das war mein Bestes Ansonsten immer Bronze und schlechter Wir spielen aktuell ähm Die Wart Und die Lobby ist auch voll glaube ich Zu viel lila Farbe Na come on Boah Broken man Also wir haben nur 100 Äh Ist das jetzt gut für uns oder schlecht für uns Er steht 100 zu 70 Du hast mal ein Geburtstag Nice Nach der Runde mache ich Pause Alles klar Aber auf jeden Fall cool dass du mitgespielt hast 4 erledigt Okay ich habe ihn auch getötet Immerhin Immerhin Unentschieden 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 Hakuna Matata Irgendwie hat er dein Emoji nicht mitgenommen Oder es liegt daran dass du kein Äh Abo Hast Ich weiß nicht Huch Alter Alter Wo ist der hin Wer ist das Der Kaiser Höchstpersönlich Wir haben verloren 100 zu 0 Wir haben verloren Lass im Privat Verstecken spielen Wenn wir voll sind Spielen wir kein Verstecken Und wir sind gerade voll Huch So Ich war zweiter immerhin Meine FA Ich nehme die FA ganz schnell an Ich hasse den Modus Ja Ich skipp den meistens auch So hier Manu Ich nehme dich ganz schnell an Ich komme vielleicht später wieder Peter alles klar Und vielen lieben Dank Für dein Follow Viel viel zu offensiv Wer ist zu offensiv Ich war zu offensiv Du warst zu offensiv Wir waren alle zu offensiv Das ganze Team Ich Ah du So Ich muss jetzt leider jemanden löschen Weil meine Freundes Es ist leider voll Ich weiß nicht warum Diese Begrenzung da ist Ähm Aber das Spiel verbietet mir Oder Nintendo verbietet mir Mehrere Freunde zu haben Oder überhaupt Freunde zu haben Keine Ahnung Wort löschen Zack Lebt wohl Freund gelöscht Zack Zack Wir machen weiter mit Goldfisch Oder So leider muss einer aussetzen Manu Kipo Sorry Jetzt Du bist jetzt drin Und du bist der erste Der aussetzt Es tut mir leid Manu ist kaum drin Und direkt Zuschauer Manu sorry Nächste Runde bist du dabei Okay Oder kann ich abbrechen Ne ich kann nicht mehr abbrechen Splatoon muss man sich kaufen Leider Und du brauchst die Online-Mitgliedschaft Splatoon musst du dir leider kaufen Und eine Online-Mitgliedschaft Manu sorry Du kommst nächste Runde ran Let's go Weiter geht's Wir sind gelb Hier könnte ihre Werbung stehen Digga Ich bin zu offensiv Mit dieser Kanone Ich wurde immer Umgenatzt Hier könnte ihre Werbung stehen Auch sehr gut Vier Einfach mal Deine Kanalpunkte Damit ausgegeben Du könntest dir auch Für 24 Stunden Braune-Emotes freischalten Richtig geil Ohne Abo Zu machen Na komm 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 Ah blau 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 Ah Alter Bam Aber das war nicht ich Man hat direkt 300 Oh cool Wenn ihr sagt Z Z Warte BAM 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 Oh Gott, ich hab den Ball. Das kann was werden. Hoch, 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 hoch. Nein! Doch! Gewonnen. Spiel zu Fortnite, ja. Vorhin erst. Vorhin hast Fortnite gespielt. Das war echt ein knappes Ding, Leute. Das war echt ein knappes Ding. So, was ist denn hier? Wo sind denn hier die ganzen alten Spieler? Lasst die mal aktivieren. Wir spielen gerade Splatoon 2. Zack. Herrschaft. Wen soll ich jetzt aussetzen lassen? Ich hab keine Ahnung. Das ist immer scheiße, dass man aussetzen muss. Das ist immer so scheiße. Mach mich. Sehr gut. Sehr gut. Zu spät gelesen. Vier, du musst jetzt leider mitspielen. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Es tut mir leid. Jetzt musst du leider mitspielen. Und Broken, die gerne möchte, die muss leider aussetzen. Ist ja okay. Dieser Play Now ist mit Malou und mir befreundet. Wir zocken gerne mal zu Tritts Baton. Oder Monster Hunter. Oh, das ist sehr schön. Neul mal. Ist das der Freund von Malou? Ist das der Freund? Irgendein random Speck zu machen tut weh. Oh, das tut mir mal leid. Wer hat mir jetzt eine Freundschaftsanfrage geschickt? Irgendjemand Neues? Die Map kommt oft. Ja, ne? Die kommt echt oft. Ey, warum? Ist das ein Bug? Gibt's ja wohl nicht. Vier ist in meinem Team. Gute Chancen. Kappa. Hä? Warum ist denn hier alles lila? Was ist denn hier los? Was? Etwas Altes. Würde ich mal sagen. Hä? Was? Was Altes? Was? Wovon redest du? Wadli? Map kommt oft gleich Instant Bug. Instant. Instant Bug, Leute. Report. Bann. Welche war findest du am besten? Die, die ich gerade habe. Standardwaffe, oder? Die Standardwaffe. Bei der FA. Hast du mir eine FA geschickt? Hä? Aber du bist doch noch in meiner FA-Liste, oder? Ich guck gleich mal. Tot. Anscheinend nicht mehr. Komisch. Ich hab dich nicht gelöscht. Erschossen. Von Malou, die Camperin. Da steht sie oben auf dem... Auf dem Turm, wollte ich sagen. Aber es ist ja gar kein Turm. Okay. Wir holen uns jetzt Malou. Let's go. Bam. Oh, das ist nicht Malou. Okay. 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 Da oben ist Malou. Nein! Digga, verteidigt mal eure Zone. Ich war suß. Ich geb mein Bestes. Da kommt Malou mit ihrer Sniper. Und bomb. Bam. Hallo, ich hänge. Ich hänge. Die sind Malou da oben. Okay. Was ist denn hier los? Alter, was ist hier los? Uff! Lenya kommt von hinten. Oh, da ist wieder Malou. Let's go. Aller schießen. Nächster Kampf bin ich dabei. Gobi, alles klar. Oh, Gott. Oh, das sieht sehr gut aus. Oh, da kommt was. Da kommt was. Neu mal hinter dir. Bam. Nicht mit mir. Du musstest für deinen Bruder eine gewisse Sache bauen. Ein Joint oder was? Hä? Wie? Er raucht und du baust oder was? Was ist denn da los? Warum baust du für deinen Bruder Joints? Kannst du sie extra gut oder was? Besser als er. Bam, 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 bam. Bam. Oh, ist das Malou? Ist das Malou? Das ist nicht Malou. Lia kam hinter mir. Achtung, hinter euch. Alles weg, Genas. Oh, 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 oh. Lenya. Sieht eigentlich noch ganz gut für uns aus, aber es kann sich jeden Moment drehen. Also jetzt sieht es eigentlich gar nicht mehr gut für uns aus. Dieser Moment ist gerade gekommen. Scheiße. Scheiße. Oh, Leute, 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 die Zeit. Die Zeit, die Zeit, die Zeit. Jetzt ganz wichtig, Leute. Macht keine Scheiße. Verlängerung. Zehn Sekunden Verlängerung. Wir haben verloren. Nein! Es hat sich gedreht, das Spiel. Ihr seid alle scheiße, wisst ihr das? Sagt 4. GG. Ganz knappes Spiel, Mann. Ich zocke am Nachmittag immer und am Abend schaue ich Twitch. Das ist schön. Ist es schon so spät? Oh, scheiße, es ist schon spät. Mist. So, Gobbi ist am Start. Oh, holy moly. Ich mache trotzdem mal Franchise und Fragen annehmen. Das sind alles potenziell aktive Spieler. Finde ich gut. Warum bist du ein Girl? Ich? Ähm. Weil ich es hübscher finde in Splatoon. Level 18. Lol. Ich bin auch nicht hoch. Ich bin 60 oder so. 60 ist jetzt auch nicht gerade viel. Let's go. Na, na, na. Runter, 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 runter. War ich auch mal? Ein Girl? Hast du dich umge... Also dein Geschlecht geändert dann? Geht ja. Geht ja relativ schnell. So, Wind löschen wir. Alla Pasi. Let's go. Raus. Meine letzte Runde und dann Lul. Wie Lul? Was Lul? Was Lul? So, wen soll ich jetzt noch aussetzen? Also wenn es Lenyars letzte Runde ist, dann darf Lenya jetzt mitspielen. Nochmal Broken? Nee, 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 nee. Das ist unfair. Ich mach Pneuma. Zack. Ich wollte Lenya nehmen, aber es ist ja ihre letzte Runde. Wie du wieder den Zusammenhang nicht verstehst. Ah, ja doch, da fehlt ein Komma. Ist meine letzte Runde, Komma. Lul. Lul. Aber wenn man sich das durchliest, ist meine letzte Runde dann Lul. Hört sich das so an wie, wenn du jetzt Lul geschrieben hättest, dann hätte ich jetzt gedacht, dass du jetzt dann danach LOL spielen gehst. Verstehst du? Schreib das Lul groß. Nein, mach einfach ein Komma. Zeichensatzbildung. Ja, oder du machst das groß und kriegst du ein Smiley. Stimmt. Na. Hier, drück mal bereit. Hier ist auch ganz schön zeitverzögert alles. Daniel, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Endlich bist du da. Guck mal deine Waffe. Was ist mit meiner Waffe? Was ist denn mit meiner Waffe? Wir gleich. Zockst du Handyspiele? Nein. Keine Zeit. Ich zock Switch und PC und dann war's das. Uff, uff, uff. Was? Was? Broken. Mach keinen Scheiß. Hä? 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 Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Was zum Teufel war das denn? Wo kam der her? Wow! Vom Himmel kam eine Bombe. Zu spät gesehen, Leute. Zu spät gesehen. Zockst du Handyspiele? H, G, H. F, J, D, J, D, J. Oh Gott. Bam, 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 bam. Na, come on. Dritter Weltkrieg. Was, dritter Weltkrieg? Wegen Bomber oder was? Oh, Malou ist schon wieder im Gegnerteam. Malou ist einfach viel zu gut im Splatoon. So eine richtige... Splatoon-Süchtige. Das ist aber auch ein richtig geiles Spiel. Oh, Gobby ist tot. Perfekt. Hinter uns, Achtung. Bam. Ja, na, na. Ah! Jetzt habe ich nur einen gekriegt. Ah, ich voll dead. Egal. Einer ist besser als keiner. So, ich, äh, fahre mal nach vorne, Leute. Aufpassen. Als wollte ich hier den Gegner markieren wie in Fortnite. Geht da gar nicht. Oh, da ist jemand. Okay, der ist tot. Perfekt. Rauf da. Sofort rauf da. Bam. Der wird ungenatzt. Der hier vorne spielt keine Rolle mehr. Weg da. Bomben. Bomben. Und wieder rauf. Zack. Hier. Bam. Flayno tot. Zack. Und Bombe weg. Runter. Sofort runter. Malus tot. Und yes. Immerhin. Ich habe die, äh, noch ein bisschen bewegt. The Witcher, die Serie, ist teilweise richtig seltsam. Negativ, oder was? Richtig doof, oder was? Warum? Warum? Was ist da los? Was ist denn da los? Was ist los in der Serie? Ich finde es seltsam, dass ich so weit links bin. Auf jeden Fall, GG. War eine super Runde. So ist besser irgendwie. Ich fühle mich jetzt hier wohler irgendwie. Hier so. Ich kann mit meiner alten Main nicht umgehen. Guck mal, ich bin fast letzter. Aber wir haben gewonnen. Das ist alles, was zählt. Blacks, Lenna. Wunderschönen guten Abend. Jetzt sehe ich wieder die Leute nicht. Let's go. Muschelchaos lassen wir sein, oder? Direkt Goldfisch. Let's go. 4, willst du nochmal aussetzen? Kappa? Oder, also, bist du AFK, oder? Was? Nein? Wie nein? Gut. Jetzt sitzt du aus. Ja, diese Verzögerung, Leute. Das ist jedes Mal so. Du bist allgemein gut ins Bettunen. Nächste Runde bist du wieder dabei. Nächste Runde bist du wieder dabei, 4. Ist eh nur Goldfisch. Let's go. Da, ich bin sowieso. Ach nein, warte. Lia geht doch jetzt. Ah, nee, stopp. Lia ist ja schon draußen. Ich bin so fast von retarded. Ich bin schlecht, Punkt. So. 4. Einmal bereit drücken. Und dann geht's los. Bist du gut in den Spielen? Nicht... Nein. Ich soll fragen, warum du Malou als Splatoon süchtig bezeichnest. Weil sie so gut spielen kann. Weil sie ein Profi ist. Das war ein Kompliment. Kann ich auch. Was kannst du auch für? Ich wiederhole. Heute Nacht also Minecraft? Fragezeichen? Nein. Heute Nacht kein Minecraft. Es ist ja schon nachts. Oder wollen wir doch Minecraft spielen heute Nacht? Du bist mit Plainer und Malou in einem Talk. Ah, okay. Grüß mal. Grüße gehen raus an den beiden. Oh, 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 oh. Doubtless? Doubtless habe ich immer noch nicht gespielt. Entbann erst mal Daniel. Dann drücke ich A. Kappa. Dani ist doch schon auf dem Discord-Server. Der Bot sagt nur nicht mehr Hallo, weil er immer so oft liebt und reinkommt, Kappa. Dass er schon nicht mehr Hallo sagt. Der ist schon drauf. Hier. Soll Danke sagen. Oh, wie süß. Und let's go. Weiter. Oh, 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 oh. Überall was Grünes. Und tot. Und alles im Umkreis meiner City ist vom Internet scheiße. Alles im Umkreis von Deutschland ist Internet besser. Mensch, informiere dich doch mal viel, Kappa. Er liest scheinbar nicht die Neuigkeiten auf dem Discord-Server. Echt traurig. Hä? Wo ist der hin? Er ist weg. Hat sich Luft aufgelöst. Oh, hier ist alles grün. Oh, wer ist das? Ist das Malou? Ja, definitiv. Das ist broken. Ich liebe es. Bei mir ist 4G in der Stadt außerhalb E. Bei mir ist auch 4G. Und unter meinem Bett ist auch 4G, aber da ist es nur ein Mbit. Keine Ahnung, mein Bett schirmt halt alles ab, Kappa. Also, ne, unterm Bett ist Internet nicht so gut. Vom Handy her. Die Matratze ist gut isolierend. Auf dem Tisch ist es bestimmt besser. Spiele gerade Fortnite, habe Gegner 10 Mal abgeschossen und er war noch immer nicht tot. Oh, das tut mir leid. Ich glaube, du hast 10 Mal daneben geschossen. Kappa. Hey, Moment mal. Du musst ja in meinem Team. Da müssen wir doch... Da müssen wir doch gewinnen, Leute. Wir... Gewinnen. Wir gewinnen doch auch, oder? Komm. Musst du viel reden, weiterspielen. Okay. Okay. Mist. Aber ich habe einen getötet. Einer ist tot. Nein, no. Oh, Bombe. Ey, und ich bin auch reingesprungen. Es steht 70 zu 66. Das ist ein mega knappes Ding, Leute. Mega knappes Ding. Ich gehe mal wieder die Serie schauen, die so komisch ist. Okay, viel Spaß mit der komischen Serie. Die du nicht mal bezahlt hast. Und somit nicht unterstützt. Ich merke gerade, ich habe ganz viele Twitch-Abos. Die ich noch gar nicht kenne. Ich sollte mal mehr an meine Twitch-Abos reingucken. Man kriegt ja hin und wieder was geschenkt. Serien schauen, Spawnout bei Fabian. Ja. Ich würde mich gerne mal interessieren, wie oft er mit Fabian schreibt. Und fragt, wie es ihm geht. Den Fabian. Oder ob er ihn Pro Ostern gewünscht hat. Oder einen vierten Advent. Oder ob er ihn einfach nur ausnutzt und die Serien jeden Tag schaut. Wie viele Gift-Subs hast du? Keine Ahnung, wo sehe ich denn das? GG. Wir haben verloren. Ich würde es auch ausnutzen. Spaß. Also, Daniel, letztens hast du ihn angepöbelt, nur weil er die Wahrheit über deine Lügen erzählt hat. Da hast du ihn dann angepöbelt. Obwohl du kostenlos seine Netflix-Folgen schnorst. Ne? So viel dazu. Wer setzt jetzt aus? Pneuma hat gerade, ne? Broken hat auch schon. Vier hat schon. Dann hier. So, jeder muss mal aussetzen. Ich setze dann auch demnächst aus. Ich war so gut wie Manu mit Sniper. Auf jeden Fall broken. Ich dachte erst, das wäre Manu. Aber das warst du. Ziemlich geil. Leute, macht ihr hier einen Tanz, oder was? Ich kenne nur Hetz, Flix. Haha. Ja. Du bist der Firmengründer, oder? Leute, es ist hier so warm unterm Bett. Ich muss gleich mal Kühlschrank aufmachen. Nächste Runde nimmst du eine Sniper? Alter Schwede. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oh, oh, oh. Wer ist das denn? Wer ist das denn da unten? Ich treffe diese Person nicht. Getroffen. Vier. Moment. Nächste Runde. Naja, achso. Habe ich schon vorgelesen. Let's go. Oh, 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 oh. Mmh. Yes. No. Aber ich bin eher Fan von 2 and a half. Mängel. Keine Chance, Digga. Keine Chance. Das wird schon wieder eine Niederlage für Team Brownie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder dann gewinnt, wenn er nicht in meinem Team ist. Und jeder verliert, wenn er bei mir in meinem Team ist. Irgendwie hat das was mit mir zu tun. Dieses Matchmaking via Random funktioniert nicht so gut, Leute. Wow, jetzt habe ich 50 Euro für nichts ausgegeben. Was? Hat der jetzt Fabi gesagt? Tod. Kennst du nicht deutsch-politische Sitcom? Kenn ich nicht. Ich kenn Toon the Half Men. Ganz witzig. Oh, überall Bomben. Mann. Mann, Malou. Immer diese Sniper. Sniper Malou. Tod. Game over. Verloren. Auf ein neues. Nächste Runde gewinne ich. CSI Dachau. War auch ganz nice. Mist. Ey, ich war Bester am Team. Du, ihr seid alle krass drauf, Mann. Ganz ehrlich, ihr seid alle krass drauf. So. Club Manu. Äh. Nee, warte, 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 warte. Player hat, glaub ich, schon seit Anfang an mitgespielt. Ich mach dich mal als, äh, Zuschauer. station CEO é, der Tag auch mal. Oh, oh, oh. PoPro two. Willi, vai, wie ich绿 Bker. T표 Börblich. Spiel ist es alles in warm. Oh, 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 oh. Willi, are we vielleicht Here? Willi, re Belgier. Tabi. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, Leute, Alter. Was seid ihr für Menschen? Ich setze eine Runde aus. Da hat jeder Maus gesetzt. Gib mal Sub, Ed Brownie. Ich kann, glaube ich, keinen Sub geben, oder? Da hat jeder Maus gesetzt. 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 Habe ich dich beleidigt? Nein, alles gut. Alles gut. Alles gut. Wie mache ich denn hier Verfolgung an? Hallo? Hä? Wie mache ich den Verfolgungscam an? Woher? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Vielen lieben Dank, Just Broken. Vielen lieben Dank. So, X, komm, vier jetzt. Das war's für heute. Ich hasse Blaster. Das war's für heute. Das war's für heute. War auf jeden Fall eine super Runde. Also generell jetzt hier, die ganzen Runden waren super. Hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir machen jetzt noch eine Runde Splatfest-Modus. Und dann verabschieden wir uns erst mal für's für heute. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder wöchentlich bringe oder so. Mal gucken. Bam, 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 bam. bin ich bin ein Geier zu Weihnachten. Ich bin so kack jetzt geworden. Let's go. Let's go. Team. Jahrhundert angefasst. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich bin so kack. 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 Zach. Kannst du kostenlos sappen. Kostetig keinen Cent. 10. Let's go. Ich hab vier. Also werde ich gewinnen. Wir sind Silber. Du hast mich, also werden wir auf jeden Fall gewinnen. Da kommt was. Da kommt was Goldenes angespritzt. Bamm. Einer ist schon tot. Bamm. Direkt hier Spawn Camping. Was spielen wir denn gerade eigentlich? Ach ja. Alles einferben spielen wir. Alles einferben. Die Serie ist auch fucking brutal. Ich sollte das nicht sehen. Ist ja auch erst ab 18, ne? Aber ist ja egal. Bei dir ist sowieso schon wieder alles verloren. Hoffnungslos. Deine Eltern kontrollieren ja eh nicht, was du machst. Da kann man sich auch mal durchaus für zwei Jahre für den 28-Jährigen ausgeben. Und mit erwachsenen Frauen rummachen. Das ist furchtbar. Warum so unfreundlich? Das ist nicht unfreundlich. Das ist einfach nur furchtbar traurig. Wie die meisten Eltern Eltern sind. Man schafft sich doch kein Kind an, wenn man nicht, äh, wenn man keinen Bock drauf hat. Furchtbar, furchtbar ist das. Ah! Aber Silber gewinnt gerade. Guck oben. Das seht ihr an der Größe des Logos. Das ist riesig bei uns. Das ist aktuell riesig. Das heißt, dass die ganze Welt Silber ist. Oh, oh, oh. Beste Farben. Gold und Silber. Ah, es gibt doch durchaus noch bessere. Gobby. GG. Aber wir haben... Oh nein. Jetzt wird es nochmal knapp. Ich habe gesehen, das ist knapp... Wir haben ganz knapp gewonnen, glaube ich, oder? 47 zu 43. Das war richtig knapp. Schade, schade. Schokolade. GG, Leute. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Wollen wir noch irgendjemanden raiden? Let's go. Scheiße, wo raide ich denn nochmal? Kappa. Äh, Raiden war doch hier. Äh, wen raiden wir? Wer ist gerade live? Ist gerade irgendjemand live? Twitch. Komm. Hier. Die raiden wir. Hier. Die raiden wir. Leute, dann spielen wir wieder. Definitiv. Was wir tun. Bye.